Herzlich Willkommen im LLB Lotusblüte TV. Schön, dass Du zu uns gefunden hast. Wir bieten die Möglichkeit, Interviews mit uns zu führen zu diversen Lebensthemen, ebenso Beratungen, die Du über Deine Dinge, die Dich bewegen, gerne geben möchtest. Buchvorstellungen, wenn Du ein Buch geschrieben hast oder auch Meditationen, Channelings. Also die Vielfalt ist sehr, sehr groß und wenn Du nun Interesse gefunden hast, dann freuen wir uns, wenn Du Dich bei uns meldest. Es grüßen ganz herzlich Sanara und Saron von LLB Lotusblüte TV. Untertitelung des ZDF für funk, 2017